Die Food and Barrage Management Akademie wurde 2009 von Mag. Eduard Altendorfer in Linz gegründet. Neben unserem Spitzenprodukt, den F&B Management Lehrgang, bieten wir vor allem Schwerpunktseminare, Firmeninterne Trainings und Trendtouren an. Im Herbst starten wir mit unserem neuen Programm und ich, Petra Kumpfmüller, bin Ihre Ansprechpartnerin für die Trendtour nach Kitzbühel und Südtirol. Fahren Sie mit mir vom 8. bis 11. Oktober nach Kitzbühel und Südtirol und besichtigen Sie die besten Hotellerie- und Gastronomiekonzepte der Region. Blicken Sie über den Tellerrand und lernen Sie von den Besten der Region. Nutzen Sie die Chance und melden Sie sich am besten noch heute zu unserer Trendtour an.